Was werden sie für ihn tun? Was tun sie für ihn? Ich habe keine Angst, ich will nie zu essen. Er hat auch gesagt. Er ist gefährlich? Was glauben Sie? Er ist ein Ekon, der nicht in ein Jahrhundert zu verabschieden. Ein Einzelne von der Verwärts, die durch einen Geist zu töten und die Blut von Hügel. Keine Erlösung? Okay. Kann er sich verständigen? Wir können ihn heilen. Wir können ihn heilen. Es ist zu früh. Das Blut von Halt hat zu lange gedrückt. Der Antidote würde nicht auf ihm arbeiten. Ich habe versucht. Glaub mir, ich habe versucht. William Marshall hat dich infiziert. Er ist der echte Karrier. Ja. Aber er hat mich geschaut. Er hat sich selbst geschaut. Er hat dich? Wie? Die Tears von Engels. Die Gelegenheit von impure Blut von einer ältere, stärkeren Blut. Es funktioniert auf mich, hat es nicht? Ja. Blut ist der definitiv key für unsere Spezies. Wer sind sie wirklich? Wer sind sie wirklich? Wirklich? Wie kann ich das antworten? Ich ging durch viele Leben und Identitäten um diesen Tag zu erreichen. Für dich? Ich bin Elizabeth Ashbery. Und das ist alles, was ich wünsche, zu sein. Ich muss mehr erfahren. Ich respektiere eure Privatsphäre. Oh Mann. Diese Fragen. Oder diese Entscheidung. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Immer das. Ich muss mehr wissen. Ich will wissen, wer wirklich bist. Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du? Ich warst Elizabeth Samantha Mary Englewood. 1551 in Hertfordshire. Meine Eltern haben einen Pub in Hodderston. Sind Sie sicherlich? Ja. Wir sind diesem William Marshall begegnet. Wie hat er dich gewählt, William Marshall? Er war ein Econ für Jahre, als er mich gefunden hat. Er hat mich aus einer bestimmten Todes, indem er mich seine Progenie macht. Warum hat er dich gewählt? Warum hat er dich gewählt? Du solltest ihm das fragen. Alles klar. Ähm. Eigentlich wussten wir das schon. Wer den einen Brief da, den letzten Brief jetzt gerade gelesen hat, der weiß, warum er sie erwählt hat. Und sie sie irgendwie... Nicht sogar, wenn er infektet wurde und mich verletzt. Er ist mein Vater. Er hat mich erwähnt. Er hat mich gelernt. Er hat mich gelernt, wie zu reagieren. Okay. Was ist mit uns? Was ist mit uns? Was meinst du? Du kennst meine Gefühle gegen dich, Elizabeth. Aber du hast ohne ein Wort. Also ich bin über deine Gefühle gegen mich. Ich liebe dich, Jonathan. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Seit dem Moment, als ich dich zu retten habe, hat er den poor Herr Hampton in diesem schuldigen Schraubhaus. Er hat den Gefühle, als du deine Beine zurückgezogen hast. Wie der neue Bühne, der du warst. Oh. Sie hätten es mir sagen sollen. Ja. 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 Ich weiß, Jonathan. Du bist der größte Freundin der letzten paar Wochen. Aber das ist mein Geheimnis. Ihr Protagier hat mich mit mir verstanden. Ich habe so viele Fragen für ihn. Geh auf, Jonathan. Aber bitte, bitte. Aber bitte. Ich bin mir. 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 Aber bitte. Ich bin mir. Ihr kniet vor einem alten Mann. Also, Herr William. Mein Gott. Du bist wirklich William Marshall. Du hast Richard the Lionheart und sein Bruder, King John. Es ist ein Gewiss, dich zu treffen zu haben. Ich habe es in meinem Tag. Komm her. Wenn du zu sprechen möchtest. Denn meine Hörungen ist nicht wie es war. Ich denke, deine Hörungen ist gut, Herr. Was ist es, was du willst dann? Wie die Tränen der Engel. Ich habe deine Forschung über die Antidote gefunden. Die Tränen der Engel. Welche Ingedienungen hast du benutzt? Als ich entstanden habe, was die Ingedienungen waren, habe ich die Tränen von King Richard und das pure Blut des valianten Bodicea. Okay. King Richard und Bodicea. Wie findest du solche Relic? Es dauerte mir viele Jahre, um dort zu finden. Dann musste ich die Formulierung lernen. Wenn ich mich daran erinnere, sie gehörte zu einer Fräulein. Die Ordnung von St. Paul, glaube ich. Okay. Und hat es funktioniert? Ja. Die Tränen haben meine kleine Elisabeth's bläckertes Herz. Es war so eine Wunschung, zu sehen, dass sie wieder aufmerksam sind. Ja. Aber das ist ein Zaster. Ich habe und habe den Zaster verraten, den Zerstörer, der schweigte sich in London verraten. Du solltest wissen, dass die Stadt sicher ist, Herr William. Dann kann ich dich Bruder nennen? Hast du den Zerstörer? Hast du den Zerstörer? Selbst ein Zerstörer aus einer Wunschung, der so schweig ist, könnte dich gefährden und all diejenigen, die du dafür interessieren. Wen haben sie bezogen? Du hast auch einen in 1666 gewandert. Wer war es? Sie war eine militärische Wutte, die durch die Stadt spielte, mit ihrem Arme von Ratten. Sie sah in einer Bäckerei in Pudding Lane für Monate, als ich endlich sie gefunden habe. Rappen. Da kennen wir noch eine. Wie hast du ihn verraten? Wir haben Stunden verraten. Im Endeffekt musste ich sie in St. Pauls Kathedrale verraten und die Gebäude verraten. Ich wollte sicher sein, dass sie verraten wurde. Erzählen sie mir vom Blut des Hasses. Das Blut des Hasses. Wie hat es dich beeinflusst? Jetzt fühltest du es? Das Blut des Hasses? Ja. Nichts mehr als ein Zerstörer, wirklich. Ein Zerstörer, die so lange hätte du ein Fortress entlassen können, wenn du sie verlässt. Können wir über Pew sprechen? Ich möchte dich über Vampiren fragen. Vampiren? Was über sie? Überraschend deine Erfahrung. Bitte, erzähl mir, was du weißt. Sie sind schreckliche Kreaturen. Ich habe viele gesehen und viele in meinem Zeitraum gesehen. Fäule Temperaturen mit scharmen Klauen und schriekenden Becken. Was soll ich hier mehr tun? Okay, die haben wir noch nie gesehen, ne? Ich habe nie gesehen, so ein Kreaturen. Was bist du? Natürlich, du hast nie gesehen, so ein Kreaturen wie sie. Vampiren sind schrecklich, schrecklich und unmöglich. Wo hast du diese Kreaturen gefunden? Die letzte Mal, als ich einen gesehen habe, war in einem Keltischen Tempel neben Salisbury. Ein schrecklich und geübtes Ort, mit Gäste und Pestilenz. Okay, können wir über Morrigan sprechen? Können wir über Morrigan sprechen? Die rote König? Was von ihr? Warum? Du kennst sie, oder? Du kennst sie? Einmal einmal. Aber sie hat niemals zu singen, mit mir zu singen. Ich liebe sie. Es ist ein Kreaturen von Blut und Krieg. Oder... Ich wünschte nur, sie würde manchmal mich zu resten lassen. Wissen Sie, wer sie ist? Ich möchte das nicht vor meiner liebten Elisabeth diskutieren. Warum? Für eine Zeit konnte sie auch die rote Song hören. Die Schritte, wo sie zu ihrer Melodie hat Angst auf die Welt gebracht. Alles klar. Dann lassen wir das. Wissen Sie, Murdin, du Macher? Nur Gott ist mein Macher. Nur Gott ist mein Macher. For er hat alles auf dieser Welt zu erschaffen. Er hat mich mit der永iles Lebens durch seine Archangel Michael gegründet. Aber Murdin, Michael, ist ein Vampire. Er hat dich eine blödsackende creature aus der Nacht Blödsack. Ja. Ich habe es von den den Nichtreien Okay, wie hat sich Elisabeth infiziert? Okay, wo befindet sich dieser Zufakt? In London, unter Temple Church, beneath my empty tomb. I always love to sleep there while listening to the bell above. This is Perseid. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elisabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elisabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. Oh, I'm a kid. How did you meet Elisabeth? The times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents in. Owned as William Thorne for a time. Those were good years. Those were the only right path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agree to be confined here then? Yes. Once I was sure she was cured. I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it would be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky. And all its stars. I'm not defeated. For I welcome the sword you bear. For it is mine. You were never defeated, my lord. and to you also, Jonathan. What do you mean? Ich kann es nicht aufhören, was ich geworden bin. Diesen Gehirn, wie du sagst. Die Blumen werden die Züge verbreiten, die in meine Züge verbreiten. Nein! Ich kann es nicht aufhören. Ich bin Death, Jonathan. Ich kann es nicht aufhören. Ich bin Dr. Jonathan Reed. Ich bin Dr. Merdin. Ich bin Dr. von der Vampire Epidemie. Ich kann dich schützen. Was bedeutet das? Wir sind Blut, Elisabeth. Alles in unserem Blut ist in unserem Blut. Mit Zeit kann ich die Antidote, die William Marshall gegeben hat. Ich glaube, Zeit ist auf unsere Seite. Das ist ein Risiko, ich kann nicht nehmen, Jonathan. Ich bin Dr. Jonathan. Ich werde nicht mehr in dieser Welt bringen. Elisabeth, nein! Ich glaube, ich kann dich schützen. Wie kann ich dich glauben, Jonathan? Wie kann ich so eine Chance nehmen? Ich werde hier mit dir bleiben, dann. So lange wir müssen, bis ich eine Hilfe finden. Ich bin nicht sicher. Du hast keine Ahnung, was du sprachst, Jonathan. Despite seine Angst, William war stark genug für die Jahrhunderte. Ich glaube, wir können das gleiche machen. Das ist, dass du falsch bist, Elisabeth. Seitdem ich mich verletzt, meine pooren Mary, nach meiner Rebirth, ich versuchte, dass ich nie wieder eine Leben nehmen werde. Und ich habe es geschafft. Ich bin nicht sicher, dass ich die Kraft haben. Ich bin nicht wie William. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht wie du. Ich zeige dir, dann. Komm mit mir, mein Lieber. Oh, Jonathan. Wenn das nur möglich wäre, aber ich wirklich nicht weiß. Wir gehen. Wir gehen zu den tiefsten, den tiefsten, den tiefsten, den tiefsten, den Menschen, in der Solitude, bis ich eine Kür finden werde. Hast du mir dann vertraut? Bis zum Ende der Welt, mein Lieber. Ich habe es geschafft. Ich bin nicht der Kraft. Eine Böden für die Stunzend, mit dieser Song. Kind, born aus der Duske, welchen Weg er muss, nun die Song ist singen und dein Weg entschieden. England ist sicher, denn Sie haben Prüfst. Ich wünsche uns eine Freiheit, der von den Jahrhundert noch kommen. Und sie kommen werden. I bid thee farewell, my champion, bittersweet. My queen sleeps once again and I'll soon join her slumber. Until alas she rises, woken by the hunger, never fared. Errungenschaft freigeschaltet, auf den Geschmack gekommen. Vorher haben wir noch einen Erfolg freigeschaltet. Fast in Zeit. Das war Vampire. Oh, wir haben sie auch endlich durch. Oh, geil. Ich bin gerade so happy. Oh, Mensch. Wir haben uns für den guten Weg entschieden. Das finde ich super. Ich frage mich, was für alternative Enden es gibt. Vielleicht schneide ich die hier noch hinten dran. Später. Und, äh. Ja. Wahnsinn. Richtig coole Spiel. Gerade ist die Musik weg. Schade. Aber, wow. Halleluja. Ist das ein großes und langes und... Keine Ahnung, mir fehlen gerade die Worte. Ist vollgestopft mit Informationen, mit Geschichten von anderen Menschen. Man kann, weiß ich, so viel erfahren über die ganzen Leute. Wahnsinn. Hut ab für die Macher. Und, ähm. Würde ich sagen. Ich lasse jetzt nochmal die Credits durchlaufen. Die haben jedes Recht dazu. Und wir sehen uns. Wenn die Credits durchgelaufen sind noch einmal. Oder hören uns nochmal. Bis dahin. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank. 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 Einen Traum auf den Tag.